Auras sehen lernen Es ist möglich, die Auras sehen zu lernen. Das ist auch gar nicht so schwer. Die meisten Menschen haben die Fähigkeit, die Auras von anderen wahrzunehmen. Im Yoga sprechen wir davon, dass wir nicht nur den physischen Körper haben, wir haben auch einen Astralkörper und dieser Astralkörper hat eine Ausstrahlung. Die Aura wäre vom Yoga Sanskrit aus die Pranamaya Kosha, die Energiehülle, die ausstrahlt. Und diese Aura kannst du sehen auf verschiedene Weisen. Grundsätzlich gibt es verschiedene Übungen. Die zwei bekanntesten wären Weicherblick und Tratak. Weicherblick als Übung und Auras sehen zu lernen. Wenn du das üben willst, kannst du mit jemandem vereinbaren, dass er oder sie sich vor dich setzt oder stellt in etwa 1,50 Meter bis 3 Meter Entfernung und dann vor eine weiße Wand. Da kannst du Aura am Leichten sehen lernen. Und dann schaust du über dem Kopf des Menschen zur weißen Wand mit deinem vordergründigen Bewusstsein und während du mit deinen Augen über den Kopf des Menschen zur weißen Wand schaust, schaust du mit deinem hintergründigen Bewusstsein an das, was du um den Kopf des Menschen herum siehst. Die meisten Menschen werden nach einer Weile die Aura um diesen Menschen sehen. Und wenn du das regelmäßig machst, dann wirst du in der Lage sein, auch Aura-Farben zu sehen und wirst anfangen zu lernen, die Auras zu deuten. Deine zweite Möglichkeit wäre, statt über den Kopf hindurch zu schauen, wäre durch den Kopf hindurch. Wenn zum Beispiel der Mensch dir dieses Gesicht zudreht, dann könntest du durch das dritte Auge hindurch schauen, zur Wand oder einfach weit schauen. Weicher Blick nennt sich das. Und während du mit deinem Blick durch das dritte Auge des Menschen hindurch schaust, nimmst du plötzlich eine Aura um den Menschen herum wahr. Ja, das sind schon mal zwei Übungen, um die Aura zu sehen. Du kannst das übrigens auch machen in Gesellschaft. Natürlich, wenn ein Mensch dir zuschaut, ist es jetzt nicht gut, durch den hindurch zu schauen. Das wirkt ein bisschen schräg. Aber zum Beispiel, wenn Menschen dir den Rücken zudrehen, dann kannst du ja das mal ausprobieren. Angenommen, du stehst in irgendeiner Schlange, dann schaue einfach mal durch den Hinterkopf eines Menschen hindurch oder über seinen Scheitel hinweg hindurch. So kannst du Auras sehen trainieren. Ich habe das zum Beispiel so gelernt, Auras zu sehen, als ich Teenager war und ich bin mit dem Schulbus gefahren. Da habe ich sowieso einige parapsychologische Übungen gemacht und habe so zum Beispiel gelernt, Auras zu sehen. Ja, eine nächste Übung im Yoga, die nennt sich Tratak. Und Tratak würde heißen, du schaust auf eine Kerzenflamme und schließt dann die Augen und schaust wieder auf die Kerzenflamme. Das hilft allgemein der feinstofflichen Wahrnehmung. Wenn du Tratak nutzen willst, um die Aura zu sehen, dann geh auf unsere Internetseite wiki.yoga-vidya.de querstrich Tratak und dann erfährst du einige Tipps, wie du mit Tratak auch Aura sehen kannst. Mein Name, Sukadev und unsere allgemeine Internetseite ist www.yoga-vidya.de Und wenn du bei uns ein Kundalini-Yoga-Seminar mitmachst, dann kannst du auch darum bitten, dass mal die Übungsanleitungen gemacht werden für Aura sehen lernen. Und dann Und dann Vielen Dank.